Hallo und herzlich willkommen zurück in Feenwaldsruhe. Gestern hatten wir die Herze gesucht. Ich habe in der Zwischenzeit noch weitere Cobblestone gefarmt und Holzkohle und Holz gefarmt, damit man viel Weitduchstelle bauen kann. Ich denke, als nächstes kann man das Eisenschmelzen und dann die erste Eisenspitzhack machen und einen Eimuch, damit man in das Loch die Hölle mal erkunden kann. Ach ja, und auch in der Zwischenzeit ist ein E-Pillager gekommen. Ich habe zwar den Rite deaktiviert, da wir ziemlich nah am Dorf sind. Und ich habe jedes Mal ein Rite. Kommt nicht gut. Irgendwann sind die ganzen Dorfbewohner noch in Uput an. Kommt nicht gut. 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 Dann schneiden wir gleich zusammen. Bei dem Haus werde ich nur ein Dach machen und dann später ein neues Haus bauen. Jetzt haben wir hier etwas irgendwo hinten. Hallo? Oder? Und du? Nein, ja. Das ist ein Blut. NOOOOO Hmm, hier rein oder bei der vorne? Ich denke mal, bei der vorne sieht es besser aus Achtung Achtung Drei H Columbia Spannungsgelade Was ist das? Hachung Trottot Schreiber So, Tintin gehe ich jedenfalls nicht. So, Tintin gehe ich. 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 So, Ich wollte eigentlich nur kurz schauen, was es in der Höhle hat und dann ist man irgendwo anders. Aber das kennt man, nur schnell schauen, was es alles hat und ist man irgendwie irgendwo anders, als wo man sein sollte. Ich lasse es mal links liegen, das kann man später noch holen. Ich lasse es mal. 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 Ich lasse 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 mal. Okay. Ich glaube langsam. Ich sollte ich wieder zurück gehen. Ich sage die Werkzeuge langsam rüber gehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, es wäre auch zu schön gewesen bei Höhe 54. Okay, es war schief gegangen. Mal schauen, was hier hinten alles hat. Das war's für heute. Okay. Okay. Sollte ich jetzt hier wirklich gehen? Okay. 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 So hat's geklappt. Okay. 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 Alright. Okay. Okay. mal neue Truhen machen. Und das alles schön beschriften. Da ich bis jetzt hier keinen Sand gefunden habe, mache ich erst mal die Fenstrone. Plus, dann spielst du dann. Okay. 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 ich mal nächstes mal dann nein es geht gar nicht, ich muss die folge ja auch noch aufnehmen für morgen da ich morgen gar nicht da bin ja dann stelle ich die frage bei der nächsten folge dann also dann bis zum nächsten mal und tschüss